und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von railroads online wir haben ja in der letzten episode den ganzen platz hier gebaut und ich habe ja gesagt dass wir in dieser episode den industrie hier mal verschieben werden und das werde ich euch heute mal zeigen wie man das recht einfach machen kann so dass ihr das bei der map ebenfalls machen könnt damit ihr da coolere fahrten zusammenstellen könnt dabei werden wir das halbwegs mittig platzieren und ein bisschen schräg nach oben ausrichten mit man oben mit einer schönen kurven hier auf die hauptstrecke fahren können damit es dann halbwegs gut aussieht was wir jetzt hier dafür brauchen sind einerseits die koordinaten von dem platz da in der mitte und wir brauchen die ausrichtung welche richtung die industrie denn eigentlich schauen soll dafür werden wir uns erst mal zu dem platz hier hin teleportieren mit hilfe von railroads online extended dazu macht man einfach nur an rechtsblick auf dem punkt wo man die industrie gerne hätte und sagt dann teleport hier so dann gehen wir mal kurz ins spiel rein und da wären wir genau bei dem platz das schaut eigentlich so weit gut dass wir haben gut platz und jetzt schauen wir ungefähr in die richtung wo ich sage das soll die ausrichtung sein dafür könnt ihr hier railroads online extended als hilfe nutzen da zeigt euch in welche richtung ihr schaut und wenn ihr da um ja so plus minus zufrieden seid dann machen wir weiter dass man hier ein kleines kreis basier schaut zwischen jetzt hier nach oben und so passt dann mit der kurve jetzt bei mir hier okay so schräg will ich das haben wir gehen sind spiel rein so also da nach vorne werden es ein kleines hier bauen und schauen dass das gleis von uns weg schaut genau in die richtung wie wir die ausrichtung haben will so wieder ein bisschen fein einstellen und wir haben jetzt hier 66 als ausrichtung einmal fünf drücken bis er noch hochziehen und dann schaut ist gut aus und ab jetzt übernimmt wieder mein original ich beginne jetzt noch mal in extended rein schauen uns das an ja ungefähr so rauf von da rein ja man könnte vielleicht ein bisschen weiter nach oben machen von härte gruwe hinkriegen ich das wirklich so weiter fahren so und dann so da rein ja ich mache es ganz leicht anders okay das heißt track und so scheint es aussieht das müssten jetzt jetzt ist wegen der minimap nicht natürlich super kurz ein bisschen weg gehen um schieblich 66 67 immer auf diesen punkt hier hin ungefähr die mitte war und werde hier noch mal das gleis zu verlegen als referenz das hier löschen gehen wir mal zum startpunkt haben das ganze in extended noch einmal an ja ich glaube so weich glücklich sehr gut also 67 haben wir da jetzt wir gehen jetzt her was dass wir hier verschieben 1 die speichern und gehen jetzt auf die seite railroad.studio da müssen wir das safe game auswählen hier stelle ich schon der fahrt öffnen verschieben 1 sehr gut was ich jetzt zusätzlich noch ach einfach nur damit hier das mit dem bauern ein bisschen einfacher ist ich gehe hier auf tree brush mache hier mal kurz ein rechtsklick und die bäume hier in dem gebiet entfernen ich werde sie dort wieder platzieren keine sorge aber das macht jetzt zumindest das industrien verschieben ein bisschen leichter damit ich sehe ob das ungefähr passen kann wunderbar jetzt gehen wir auf industrie und ganz unten haben jetzt das telegrafen office und ich gehe jetzt mal ganz kurz aus dem spiel heraus also das hör mal durchgehendes piepsen und das ist nervig und wenn wir hier auf vector klicken haben wir jetzt die koordinaten die kopieren wir gehen hier auf das ölfeld hier auf vector kopieren die doch rein ja spiel hat gecrashed das ist okay mach du nur putz hier öfter so sagen hier speichern jetzt kommt die industrie genau auf die koordinaten von dem hier keine sorge das können wir dann trotzdem noch löschen und jetzt haben wir hier rotation ist jetzt auf null bei jahr das ist die richtung das setzt man jetzt auf 67 das kann jetzt einer ja doch eigentlich mit plus 67 mit genau die ausrichtung von dem gleis haben sondern speichern laden das einmal herunter kopieren das in den ordner rein wo es selbst geben sind und starten bei words online da werden wir in rei was online wir sagen play host server geben da ihr verzeigen muss ein wenn das safe game aus und das ist verschieden 1 modified start server und wenn wir glück haben dann passt es schon am allerersten mal braucht nur einen moment bis es geladen hat wunderbar da kommt es gleich rein ich hoffe es bitte nicht abschmieren coole sache ok industrie wurde platziert und die ausrichtung ist jetzt perfekt zu diesem plattform hier das kann ich euch beweisen sagen wir erstmal demolition alles das bleibt erstmal wenn wir jetzt hier ok ich brauche mal die schnell gehen mod attach dankeschön ich finde mich also man sieht es glaube ich auch hier schon äh cheats enable passprint dankeschön wenn ich jetzt hier hinten her gehe neben hier das gleis und ich stelle das auf 67 ein so und das ist genau die ausrichtung von dieser plattform das hier geht es nach vorne mal kurz 5 und wie ihr seht es der absolut perfekte abstand hier zu den plattformen ihr seht so dass das so ein bisschen weiter nach reingeht oder so die sind absolut parallel und so lässt sich natürlich auch einfach bauen wenn ich genau weiß was die ausrichtung von dem hier ist man kann natürlich wenn man jetzt mal hier zurück geht wenn man jetzt bei den anderen industrien hier baut und dann möchte ich die ausrichtung von denen wissen dann kann man hier bei rotation sehen was ich für eine ausrichtung habe teilweise habe ich so eine kommazahl mit dahinter das könnte man auch korrigieren indem man hier sagt ok ich mache das auf 0 dann bewegen sich die natürlich halt ein klein wenig aber dann passt es zum beispiel logging camp achso das habe ich ja versetzt was ist denn bei mir noch original refinery 171.51 da könnte ich jetzt das weg machen dann habe ich genau die perfekte ausrichtung bloß als tipp zum bauen ok das heißt ich werde hier erstmal mein gleisvorfeld bauen von ausrichtung das passt sehr gut wir machen dann hier so eine kurve rüber nach da rein mit so einer brücke und hier das ganze werden wir extenden eigentlich kann ich damit direkt schon mal anfangen ähm ich glaube ich mache hier erstmal eine graue wie so und eine weiche nach rechts bitte das which right ah das ist schon zu spät was ist wenn ich da zwei von denen hier platziere und dann sage ich switch right ja nicht das was ich wollte nein es ist auch zu viel dann werde ich dich vielleicht direkt danach platzieren weiche auf weiche aber ich glaube das könnte ich hinkriegen mal schauen ob das dann noch eine halbwegs normale kurve wird third rail äh da haben wir Freestyle Modus äh jo das mit Freestyle das ist ja brutal enge Gruppen hier ne ja gut das ist sowieso Bergstrecke und das ist eh auch das falsche Gleis was ist wenn ich da gleich schon mal das wird doof aussehen ja das sieht doof aus ähm hm 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 da suche ich mir jetzt mal ungefähr den Radius raus was es braucht bis dahin ja da war das Gleis noch jetzt gerade das ist der Preis 80 ist das hier ähm ja das ist blöde Overlay 73 ist das 73 72 okay so müssen wir 72 arbeiten und nach oben oder sag nochmal ne nicht unbedingt okay 72 bis hier hin dann machen wir schnell die Brücke sehr gut und das einmal Auto verbinden dann müsste das halbwegs okay aussehen eine enge Kurve gut dann hätten wir das und das ist dann das Anschlussgleis für die Raffinerie ähm so ich gerne gerade ach das ist die Minimap Feature das muss ich mir das muss ich abstellen das stört mich hier drin hm naja wobei jetzt sehe ich gerade das ist mal ganz kurz Testweise weiterführen kommt dann hier so rein und da ist dann der Anschluss ja doch das passt da gehe ich dann mit Weichen dann hier so rein wobei andererseits ich glaube ich muss es ein bisschen anders bauen ich glaube ich nehme eher das hier als Referenz dann fahre ich hier quasi so rein und wenn ich jetzt hier sage das soll ungefähr gerad bleiben und dann macht man so ein Fächer nach rechts sprich so ich brauche mindestens ja ach come on ich brauche mindestens drei weil wir haben ja hier drei Plattformen einmal da einmal da und einmal da unten wenn ich jetzt da auf 65 kommen will ganz kurz gucken 80 ja aber beide ich glaube das geht sich ganz gut aus ich muss einfach noch von weiter hinten anfangen okay ich glaube das passt eigentlich so wie die Industrie da steht ich fange noch mit dem Fächer vermutlich ja hier schon so irgendwie an so plus minus und dann geht es dann hier in die Industrie rein und hinten dann alles wieder ungefähr so zusammen macht das Sinn ja also ich denke mal ich baue von hier aus die Gleise nachdem ich hier einfach die Richtung weiß wir sagen hier ein Gleis dann eben hier ein Gleis hier ein Gleis man könnte dann hier noch zwei dazwischen machen da noch eins wobei allzu viel braucht es hier gar nicht ähm und hier hinten geht das dann zu einem wieder zusammen also eventuell dass man hier so eine Kurve macht und dann kommt das wieder zusammen irgendwie so weiter ganz nach hinten damit man die Lok umsetzen kann ja okay ich glaube damit bin ich erstmal happy ich würde sagen im Speed Build gibt es von mir erstmal hier die Gleise gebaut das kennt ihr ja schon das ist ja doch nicht so spannend und macht den Anschluss nach oben und dann schauen wir uns das fertige Resultat erstmal an also liebe Leute Speed Build ab für euch die Gleise die Gleise die Gleise die Gleise walk ahead Musik 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 Wenn das geht, lass mich wissen. Just let me know what you wish for. Let me know what you wish for. Let me know what you wish for. I heard you and your messes had gone your separate ways. I guess I should feel sorry, but I for once still remember those days when we played. Cowboys and Indians spun round and round in the rain days. Rustled them big long horns all across the betterlands. And we slept under open skies. Stars reflecting in our eyes. Wild villain, tiger, lily holding hands. Cowboys and Indians. So I called you up on the telephone. You sounded glad, but I've been surprised. Or so I reckon, judging from your tone. You asked about this evening if I had other plans. And if I would consider going out for a bit to eat by heaven's dance. We could play cowboys and Indians. Spin round and round in the rain days. Wrestle them big long horns all across the betterlands. And we sleep under open skies. Stars reflecting in our eyes. Wild villain, tiger, lily holding hands. Jesse James and Polka hold us in a wild romance. Cowboys and Indians. Cowboys and Indians. Cowboys and Indians. Okay, zusammen. Der Speed Build ist soweit fertig. Und das war jetzt auch nicht der komplexe System. Also wir haben jetzt hier diesen Fächer, der hier nach draußen geht. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ohne ein Speed Build, hier ist nochmal ein Abzweig zu einer kleinen Drehscheibe hier hinten. Da kann man die Lockdown drehen und ja, eben hier der große Fächer hier zum Öl fällt. Also einerseits, hier diese Plattform hat halt jeweils zwei Gleise. Eins zum reinfahren, eins zum umsetzen. Auch hier gibt es hier hinten eine Drehscheibe, damit das hier unabhängig läuft. Und da hinten haben wir hier diese Dreierweiche, wo die Ölfelder, also die Ölfelder, diese Pumpstation verbunden sind auf beiden Seiten. Und hier das dritte Gleis nochmal als Ausweichgleis. Also eines kann quasi immer besetzt sein. Zweiten fährt man dann rein und da kann man dann bei einem umsetzen. Je nachdem, wie man es macht. Aber umsetzen muss man so oder so. Mit meiner Karte ist es nicht so, dass man einfach nur umdrehen kann. Rangieren ist angesagt. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so lassen werde. So unzufrieden bin ich damit jetzt gar nicht. Ich bin ziemlich glücklich, dass das mit dem Umsetzen der Industrie so gut funktioniert hat. Und ja, als nächstes glaube ich, wäre mal Multiplayer angesagt. Weil hier die Industrie gehört geliefert. Und zwar könnte man dann richtig schönen, langen, gemischten Güterzug machen. Also das wäre irgendwie schon ziemlich geil. Weil man auf der langen Strecke vielleicht mit Doppeltraktion oder man fährt gerade mit zwei Loks. Und auch die Fabrik muss liefert werden. Also jetzt gibt es einige Fahrten zu tun. Ich glaube, Raywards Online-Stream muss demnächst passieren. Aber erst nachdem diese Folge hier rausgekommen ist, dann werden wir einen Stream dafür planen. Würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist ein bisschen viel Arbeit, was jetzt kommt. Ja, gern eure Meinung dazu, wie ihr das so findet. Und vor allem, was ihr von der Methode hält, wie man die Industrie versetzen kann. Weil ich finde, so ist es ziemlich einfach. Man spart ein bisschen Zeit. Und ja, so wird die ganze Karte ein bisschen interessanter. Bis dann, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Auf bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.